Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Frisch zurück aus der parlamentarischen Sommerpause und auch endlich den Endspurt des Bundestagswahlkampfs hinter uns gelassen. Ein herzliches Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem uns heute die Bedeutung des Ausgangs der Wahl für Politik in Bayern für uns als Bayerische Regierungsfraktion noch nicht ganz in Ruhe lässt. Es geht heute nämlich um die Frage von Tim aus Landshut. Der Tim hat die Bundestagswahlergebnisse analysiert, stellt fest, dass wir Freien Wähler es noch nicht in den Deutschen Bundestag geschafft haben und will jetzt wissen, wie bewertet ihr denn eure Ergebnisse und ist es denn nicht so, dass eure Wahlteilnahme jetzt dafür gesorgt hat, dass wir im Bund eine linke Regierung bekommen. Macht sich also da so ein bisschen die Frage des Ministerpräsidenten zu eigen, der Ähnliches in einer Pressekonferenz diese Woche nach dem CSU-Parteivorstand gesagt hat. Ja, lieber Tim, ich nehme sehr gerne zu beiden Punkten Stellung. Zunächst, wie bewerten wir unser Wahlergebnis? Da habe ich ganz offen gesprochen zwei Herzen in der Brust. Ja, es ist ganz sicher richtig, dass unser Potenzial auf Bundesebene in vielen anderen Bundesländern ein Stück weit noch gehoben werden muss. Dass es uns außerhalb von Bayern mancherorts noch nicht gelungen ist, die Herzen, die Köpfe der Menschen zu erreichen, unsere Botschaften entsprechend zu platzieren, sodass es schon noch einen Nachholbedarf außerhalb von Bayern gibt und dass wir da noch Potenzial haben, dass es in den nächsten Jahren mutmaßlich über den Einzug in weitere Landesparlamente zu heben gibt. Aber ich habe schon auch ein zweites Herz in der Brust, das sich sehr gefreut hat am vergangenen Sonntag, nämlich über unser bayerisches Ergebnis, über fast acht Prozent Zustimmung bei einer Bundestagswahl, mehr als doppelt so viele Stimmen als beim letzten Mal hier in Bayern. Und das freut mich natürlich nicht als Freie Wählerpolitiker einzig, sondern insbesondere als parlamentarischer Geschäftsführer unserer Landtagsfraktion hier im Landtag. Denn was die Menschen in Bayern da beim Urnengang zur Abstimmung gebracht haben, das ist schon auch ein Zeugnis für unsere Arbeit. Da ist Teil der Bayern-Koalition, der Bayerischen Staatsregierung und für unsere Arbeit als Regierungsfraktion hier im Bayerischen Landtag. Dieses Zeugnis fällt super aus. Wir sind in Bayern die Gruppierung mit dem größten Zuwachs aller Parteien bei dieser Bundestagswahl. Und das macht natürlich schon Freude, weil es ja den ganzen Wahnsinn und die viele Arbeit, die wir uns rund um die Uhr jeden Tag machen, bestätigt und auch hoffen lässt für die nächsten Landtagswahlen. In Bayern also ein durchaus erfreuliches Ergebnis, das wir auch mit Freude zur Kenntnis nehmen als Landtagsfraktion und als Teil der Bayerischen Staatsregierung. Jetzt zum zweiten Teil deiner Frage, lieber Tim. Ist es denn so, dass es jetzt keine bürgerliche Mehrheit im Bund mehr geben würde, weil wir Freien Wähler an der Wahl teilgenommen haben? Ehrlicherweise wundere ich mich ein bisschen über die Frage und ich wundere mich insbesondere darüber, dass unser Ministerpräsident, der Chef unserer Bayern-Koalition, Markus Söder, die diese Woche aufgeworfen hat. Denn dem Grunde nach ist es ja ein bisschen wie, wenn ich ein Tennisspiel verliere, weil mein eigener Aufschlag nicht gekommen ist und mich anschließend dann darüber beschwere, dass der Gegner überhaupt gegen mich angetreten ist, statt mich einfach gewinnen zu lassen. Irgendwie schon ein eigenartiges Demokratieverständnis. Jeder ist für sein eigenes Ergebnis verantwortlich. Die Union hat Wähler verloren und daran sind nicht die Freien Wähler schuld, weil sie den Menschen in Bayern ein gut angenommenes Angebot gemacht haben. Ich glaube, in der Demokratie darf schon noch jede politische Gruppierung an Wahlen teilnehmen und muss sich dafür nicht rechtfertigen und niemanden um Erlaubnis fragen. Ich glaube auch, das stellt ein bisschen das Licht der stolzen CSU unter den Scheffel, jetzt ein Bild zu produzieren, dass da heißt, CSU kann im Bund nur noch regieren, wenn die Freien Wähler in Bayern gar nicht antreten, ansonsten reicht es nicht mehr. Das wird der CSU nicht so wirklich gerecht. Und das zentrale Argument ist eigentlich ein anderes. Das zentrale Argument ist eine Umfrage, die Forsa diese Woche veröffentlicht hat, aus der hervorgeht, hätte die Union auf Markus Söder, auf unseren bayerischen Regierungschef als Kanzlerkandidat gesetzt, dann wären sie wohl bei über 30 Prozent gelegen. Heißt also, die Keimzelle des Linksrutsches in Deutschland, die ist im Hinterzimmer des CDU-Parteipräsidiums zu suchen, dort, wo man eine Personalentscheidung getroffen hat, die niemand in Deutschland nachvollziehen konnte, wo man sich für einen Kanzlerkandidaten entschieden hat, der in Deutschland schlicht nicht vermittelbar war und deshalb die Wahl verloren hat. Daran sind nicht andere Gruppierungen schuld, die so frech waren, an Wahlen teilzunehmen. Das, lieber Tim, das halte ich also wirklich verquatscht und auch einen Anwurf, der, glaube ich, jetzt der Emotionalität geschuldet ist. Ich glaube, man muss da nicht beleidigt sein. Ich habe da großes Verständnis. Die CSU hat das schlechteste Ergebnis seit 70 Jahren eingefahren und dass einem da mal die Gäule durchgehen und man da jetzt etwas Emotionales geschenkt, ehrlicherweise. Aber die Wahrheit ist schon, daran sind nicht die Freien Wähler schuld und auch nicht die Menschen, die die Freien Wähler gewählt haben, sondern das ist ein hausgemachtes Problem der Union, die CDU-seitig schlicht auf den falschen Kopf gesetzt hat. So viel, lieber Tim, zu deinen Fragen. Also Nachholbedarf auf Bundesebene sehr wohl. Hervorragendes, tolles Ergebnis bei uns hier in Bayern. Tolle Bestätigung für unsere Arbeit als Teil der Bayern-Koalition und alles andere. Die Frage, dass es jetzt keine bürgerliche Mehrheit gibt, das ist schon ein hausgemachtes Problem der Union, die da jetzt, glaube ich, sehr viel Gesprächsbedarf hat und hoffentlich die richtigen Schlussfolgerungen ziehen wird von unser Land und seinen Menschen. So viel, lieber Tim, zu deiner Frage. Und wenn ihr eine Frage habt, dann postet die wie immer unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail, dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema. Wenn es wieder heißt, frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Frag Fabian. Frag Fabian. Frag Fabian. Frag Fabian. Frag Fabian.